Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel Die Kraft der Raunächte nutzen – von Petra Schneider, Lichtwesen Immer mehr Menschen entdecken die Kraft der Raunächte. Sie ermöglichen, sich von belastenden Strukturen zu befreien, sowohl im Leben als auch im Haus, und Hinweise für das kommende Jahr zu erhalten. In diesem Jahr sind die Raunächte energetisch besonders kraftvoll und ermöglichen große Veränderungen im Leben. Wie schon in der Energie der Zeit für September beschrieben, herrscht eine besondere Transformationskraft. Sie bewirkt, dass vieles an die Oberfläche drängt und bewusst wird. Dies geschieht zurzeit durch Erkrankungen, körperliche Beschwerden, technische Störungen, finanzielle Engpässe, Störungen im Miteinander mit anderen, sowohl im Familien- und Freundeskreis als auch geschäftlich. Blockierende und einschränkende Strukturen, zum Beispiel Vorstellungen, Prägungen, Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Anforderungen etc. werden sichtbar, können aber auch bis zum Grund gelöst werden. Wir können uns befreien, unser größtes Potenzial und unsere Herzensprojekte erkennen und unser Leben neu gestalten. Dadurch zeigen sich neue Möglichkeiten. Gerade in den Raunichten können wir Hinweise und Visionen für das kommende Jahr erhalten. Hinweise, die aus der inneren Weisheit, aus der Verbindung mit der Seele und dem höheren Bewusstsein kommen. Mit solchen Erkenntnissen ist es leichter, sein Tun entsprechend auszurichten und die Chancen des Lebens leichter zu sehen und zu nutzen. Das vergangene Jahr hat viele Menschen verunsichert. Doch wir können über die Angst hinauswachsen und Kraft und Klarheit für das kommende Jahr finden, indem wir den Blick nach innen richten, fühlen, was gerade ist, ohne Wertung, ohne sich in Emotionen zu verlieren. Wenn uns das gelingt, können wir im Mitgefühl mit uns selbst und für andere Halt finden. Und wir entdecken noch mehr. Die innere Mitte, die innere Wahrheit und unser inneres Licht, das sogar in der Lage ist, Blockaden und starre, überholte Strukturen aufzulösen und das uns Ruhe und Hoffnung gibt. Dann weitet sich unser Blick wieder. Wir erkennen Möglichkeiten und Chancen für die Weiterentwicklung, sowohl für uns selbst als auch für die Welt. Und wir erkennen, was wir selbst dazu beitragen können. Was genau sind denn die Rauhnächte? Bis zur gregorianischen Kalenderreform im 16. Jahrhundert war das Altjahr an Weihnachten beendet und das Neue begann erst an Dreikönig. Die Zeit zwischen den Jahren gehörte nirgendwo dazu, nicht zum alten, nicht zum neuen Jahr. Es war eine stille Zeit des Rückzugs und der Einkehr, eine Zeit der Formlosigkeit. Sie war existent und nicht existent zugleich und genau dadurch ein Tor zu anderen Welten und der inneren Weisheit. Die zwölf Rauhnächte, auch Rauchnächte oder Zwölfte genannt, waren bei unseren Vorfahren heilige Tage und wurden deshalb auch zwölf heilige Nächte genannt. Sie beginnen am 25. Dezember, am Weihnachtstag um 0 Uhr. Die letzte Rauhnacht endet am 5. Januar um 24 Uhr. Danach ist das Heilig-Drei-König-Fest das Epiphania, Erscheinung des Herrn genannt. In dieser Zeit wurde, soweit es ging, nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert, auf innere und äußere Zeichen geachtet und in der Familie gelebt. Die besondere Energie dieser Zeit wurde auch für Rituale genutzt. Die Zeit der Raunächte kann für kraftvolle Klärungen im Außen und im Innen genutzt werden. Als besondere Zeit des Innehaltens für Reinigung und Loslassen und um sich auf das Neue einzustimmen. Es ist eine kostbare Zeit, in der wir uns stabilisieren können, in der wir alte Verhaltens- und Denkmuster lösen und Perspektiven und Visionen entwickeln können. In diesem Jahr ist sowohl die Transformationskraft besonders stark, aber auch die Verbindung zur inneren Weisheit, zur Seele, zum höheren Bewusstsein. Dadurch erhalten wir deutlichere Impulse, Visionen, Bilder und Klarheit aus diesen Bereichen, um unser Leben zu gestalten, um in einen Flow zu kommen und unser größtes Potenzial und unsere aktuellen Herzensprojekte zu erkennen und die Tür dafür zu öffnen. Wir können unser Leben verändern. Auch auf der Erde will sich etwas verändern. Wir können dazu beitragen, mit unseren individuellen Fähigkeiten und mit unserem inneren Licht. Auch im ganz normalen Ablauf des Tages können wir immer wieder innehalten und uns mit der Energie von 2023 mit der inneren Weisheit und der Seele verbinden. Beim Kochen, beim Putzen, am Schreibtisch, in der Schlange beim Einkaufen, beim Duschen oder beim Geschrei der Kinder auf der Arbeit. Eine besondere Kraft entwickelt sich, wenn wir in der Natur sind. Drei unterstützende Meditationen finden Sie im Transkript zu diesem Beitrag, das in den Shownotes verlinkt ist. Um die Kraft der Meditation zu unterstützen, kann man vorher mit dem Lichtwesen Raunechtespray den Raum, die Wohnung, das Haus und sein Energiesystem reinigen. Empfehlenswert ist auch die Jahresmischung 2023, um sich auf das neue Jahr einzustimmen. Nach der Meditation empfiehlt es sich, das Energiespray Ich regeneriere mich oder Herzenskraft zu versprühen. Wer die Raunechte besonders intensiv nutzen will, kann jeden Tag eine Frage oder ein Thema wählen, das er erforscht. Bevor man sich schlafen legt, die Frage bzw. das Thema für den nächsten Tag aufschreiben und neben das Bett legen. Während des Tages das Thema immer mal wieder durch den Kopf gehen lassen, immer mal wieder daran denken. Die Heilkräfte einladen, alles zu transformieren, was zu diesem Thema gelöst werden kann. Seine innere Weisheit und das höhere Bewusstsein bitten, alles, was wichtig ist, bewusst werden zu lassen. Hilfreich ist es auch, sich Erkenntnisse und Hinweise, die man bekommt, aufzuschreiben. Vorschläge für Fragen für die Rückschau und um sich auf das Neue auszurichten, finden sich ebenfalls im Transkript zu diesem Beitrag in den Shownotes. Hier noch eine kleine Zusammenfassung, wofür die Raunechte genutzt werden können. Für Klärung und Reinigung des Hauses, der Wohnung, der Umgebung. Für die innere Klärung und Transformation. Um Belastendes und Überholtes loszulassen und sich für neue Strukturen zu öffnen. Um zur Ruhe zu kommen. Um sich Zeit für Rückzug, Innenschau, Rückblick und Meditation zu nehmen. Für Heilung. Für Erkenntnisse und Ausrichtung auf das Kommende und sein höchstes Potenzial. Um auf Gedankenblitze, Erkenntnisse, Botschaften zu achten und sie aufzuschreiben. Um das anstehende Herzensprojekt zu erkennen. Um den Bedürfnissen des Körpers gerecht zu werden. Um zu erkennen, was einem wichtig ist, wie man leben will, welchen Beitrag man für das größere Ganze leisten will. Und um sich für die Geschenke des Lebens zu öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.